fast fast 15 ist leider an der falschen stelle ja dann ich muss gerade mal schauen wie hoch ist das immer ein stadion sagen wir hier keine keine höhe sagen wir auch mal zehn meter ihr verhakt euch immer ein stadion an einer der schauplätze an einer der tribünen reißt die ab bleibt dann hängen mehrere sand sandsäcke die jetzt gerade weiter abreißen während die eigentlich landen wolltet gewinnt das ding dann doch recht schnell wieder in höhe obwohl ihr da dann die kessel weniger beheizt hat um da eigentlich ordentlich zu landen hat er doch in der stunde so ein bisschen dann damit angefreundet und dann rückt es einmal ihr habt euch irgendwie mit den seilen verhängen so dass er jetzt mitten in der luft schwebt an diesem seil noch angebunden an den tribünen und ein großer ruck der jetzt durch euer schiff geht und ihr hängt schief so dass ihr jetzt wenn ihr euch nicht mit einer körperbeherrschungsprobe plus fünf festhalten könntet dann würdet ihr jetzt zehn meter runter fallen zählt fallen dabei ja spezialisierungen keine nur wenn du fällst der körperbeherrschung das ist körperlich ja warum frage ich überhaupt wie viel plus fünf das sieht gut aus das ist sogar sehr gut hat irgendjemand besonders viele punkte übrig 7 11 mehr auf ihm hat sechs punkte das so herr story immer geht auf jeden fall hin möchte ganz gerne gucken er sieht vielleicht abel mir stocke wie er sozusagen immer weiter auf die relin zu talk und denkt sich sowohl wenn ich das gleich an der hüfte trifft die relin dann fliegt er einfach rüber über möchte ich ganz gerne abstoßen sozusagen auf der relin gelanden aber mir einen schubs in den rücken geben und selber dabei in die tiefe stürzt damit abel mir aber nicht stürzt alles klar nehme ich an dass es dann sogar ein kontrollierter springen kontrolliert das fallen damit wird ein kontrollierter stürz weil ich ja nicht aktiv springen sondern ja aber aber mir aber mir du hast dieses gefühl von lehre in deinem bauch du hast gerade einen kurzen film du siehst wieder wie du zurück in pericum bist wie du deine freunde aus dem gefängnis herausholt wie du mit dem mark grafen geflohen bist wieder ein ganzes leben an die vorbeiziehst und dann hört das plötzlich auf du siehst wie immer wohl neben dir fällt mit dem rücken voran in die tiefe und ja dann haben wir noch aber der stelle reicht und damit du sozusagen auf deck vorne vorweg landes mit den füßen wahrscheinlich gegen die relin kommt anstatt runter zu stürzen möchte irgendjemand den schaden für ich ja was nehmen kann ich versuchen mich an der helm steuerer fest zu retten nee das war ja körper bergungsprobe und ja ihr wusstet ihr wusstet vorher dass das gefährlich wird ihr wolltet angeben dann jeweils bitte zehn meter körper bergungsprobe schwert um zehn die hand hin zu strecken und den dann fest zu halten dann würde ich das natürlich versuchen aber wir hatten jetzt auch nicht gesagt wer wo auf dem schiff ist ja mit 1 2 punkten schaffst du es gerade dich selbst festzuhalten und ergibt 5 asp aus um seinen körper bergungsprobe zu erhöhen so dann bekomme ich jetzt 10 w6 minus 10 und ich darf 10 10 die zehn höchsten würfel rauslegen moment du darfst acht rausnehmen ja ja genau ich habe ich kriegte mit jahres bekommt die vollen 10 w6 minus 10 aber es könnte ein chibi werden du hast ja irgendwo auf irgendwas was nicht ganz so hart ist also wie zum beispiel und wie der das immer steigen grasen ich bin mir nicht das ist doch das ist rasen ja ja das ist rasen vielleicht die zwei drei punkte schadenspuffer drin weil der schadenscode fall ja auf stein geeignet ist ja gucken wir also mal wie viel 10 wie 6 minus 10 sind und dann können wir uns überlegen 29 29 ich rufe zu stein werden mensch es gibt jetzt eigentlich zu stein werden ja nicht die formel aber da ist zu stein hat schon richtig dann kommt immer gar kein schaden denn jetzt ich nehme alles bis auf die zwei einzelnen raus und die einen w6 minus 1 pro würfel bleibt übrigens bei null das ist richtig ja dann kann immer du kannst die szene gleich selber bitte beschreiben wie du da grazil land ist und so grazil wie immer gleich landet wird kiaras einfach nur sehr sehr stumpf in den boden der arena in das gras einschlagen und zwei meter tief dann ja in dieses gras einsinken wir haben bisher darauf irgendwie so einen verschachtelten stein oder kiesbogen trifft und ja du da dann bewegungsunfähig hängst ich beuge mich mal über die relinge und gucke ob kiaras grün geworden ist kämpfe mich zum steuer nach hinten damit wir hier nicht weiter abdriften immer der tor erst runtergestürzt ist rück links und es sah aus wie ein unkontrollierter fall dreht sich im flug zusammen rollt sich zu einer kleinen rolle zusammen und dreht sich in der luft dabei nur um dann kurz bevor er aufschlägt sich wieder aus zu rollen und auf den beinen zu landen er geht so tief in die hocke dass man es einmal knacken hört in seinen beinen und er mit den händen das gras berührt so tief jetzt in der hocke lässt sich dann einmal auf den po fallen und schaut sich einmal um auch war das oh mein gott weg sich dann ja hallo scheiße keras und man steht auf und willst du kassen drin was ist denn hier los bei angros auch auf ihn würde ganz laut klatschen tolle performance immer so super aus immer rennt hin schweißt sich flägt sich in den boden vor jahres und betrachtet die keras 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 nicht sterben sterben ja du kannst du kannst keras da immer noch unten zwei meter im erdboden sehen bewegt sich nicht er wird wohl höchstwahrscheinlich tot sein er bewegt sich keinen einzigen millimeter auch kein stöhn oder sowas von ihm über steckt vorsichtig das loch hinab ohne auf jahre zu treten stütze sich mit den füßen an der wand ab und lässt sich sozusagen mit dem rücken und den füßen an der einen mit dem rück an der einwand den füßen an der anderen wand er lässt sich langsam hinunter und will keras übers gesicht streichen der will vor allen dingen auch an seine nase kommen zu fühlen ob er atmet ne tut er nicht was man kann sehen wenn die haupt wird davon relativ steinig wenn man schaut nach oben wo blut zieht kein blut er ist wie eine steinstatue würdest du fast sagen wenn du wenn du versuchst ihn so ein bisschen zu drehen kannst du aussehen dass sein brustkorb oder so gar nicht eingedrückt ist entweder seine rüstung ist extrem gut oder fax hat ihn bewahrt überdreht ihn nicht immer will sozusagen an seine hand gehen und weil seine hand vorsichtig bewegen dann wenn seine hand kaputt geht dadurch ist das eine sache aber wenn sein sein oberkörper kaputt geht sein bewusst dann wäre das doch etwas problematischer sein er will so die hand zu bewegen wenn die meter du schlägst du spürst es auch aber irgendjemand irgendwie also hörst auch die stimme und kannst das alles noch wahrnehmen albrax ruf mal das loch hoch wo man drinnen hockt mit den füßen an der wand und dem rücken an der anderen wand du kannst das du kannst das kleine bärtige gesicht von dem zwerg dann über die erkennen ja angrosch auch mit euch könnt ihr mir vielleicht ein seil runterwerfen ich muss das um die jahre zu legen und ihn dann hochziehen aber sollte es denn hernehmen aber ich glaube eure freunde da oben kommen auch gleich runter wir haben das stricklader gerade runtergeworfen ein moment ich hole den mal dankeschön verschwindet er wieder kommt dann noch eine minute wieder währenddessen an zwinden hat sich da so ein bisschen darum gekümmert hat euch dann mit dem einen seil losgeschnitten was dann da festigen hat dann versucht das zu landen weil keras als steuermann war dann natürlich dann erstmal aus dem gefecht weil das schiff normalisiert sich so wieder ein bisschen konnte ich da wieder aufraffen aber mir kann seine robe wieder glatt streichen und dann könnt ihr über die tribünen bänke könnt ihr dann langsam nach und nach unten steigen währenddessen hat dann albrax die trittleiter nach unten geschmissen und dann auch verzurrt festgemacht also dass dann immer wieder nach oben steigen könnte während die anderen gerade die tribünen kommen ich stürme erst auf immer zu dort schlack torbrennen und man klettert wieder aus dem loch aus nachdem er der zeit im kärz umgelegt hat ihr lebt um arme die chance kräftig dann habe mir euch geht es gut ihr habt mir das leben gerettet ja ja ich bin auch gut gelandet sind wir noch zehn meter was ist nicht ich habe ich habe das schon mal mit dem acht meter hohen baum das geht ganz gut aber das das war das waren die stein ich glaube der das stein artefakt benutzt zum glück gut dass er gekommen ist ich fürchte wir müssen jetzt nur abwarten ja bis die taubung verfliegt und wie lange wirkt sowas denn mal gestern das kommt darauf an also mindestens einige minuten immerhin werden wir wissen ob diese schwarze magie gute arbeit geleistet haben zumindest ist ja schon mal nicht grün angelaufen und nicht tot und lassen sie nach ausziehen ich habe mir das seite um den arm gemacht aber ich bin nicht stark genug auszuziehen da kommen dann holen wir ja gemeinsam mit kraft hilfe könnt ihr dann relativ sicher kärz in genau der gleichen pose nach oben ziehen wie er auch gefallen ist und er sieht dabei ziemlich herausragend aus müsstet ihr sagen auch als statue etwas anmutiges hat er ja obwohl er gerade darum liegt wie so ein fisch auf dem trockenen ich habe noch das gefühl als ob sich die haare bewegen aber eigentlich tun sie es auch nicht und dann steht diese wunderbare herausragend aussehende reihe geweihten statue im imal stadion direkt neben dem oberlöffel carino was denkt ihr euch eigentlich von dem schiff fallen also ich würde dafür auslachen wenn ihr wollt ich könnte versuchen natürlich ihn einfach mal abzuschießen dann haben wir zumindest einen testlauf ja los wir werden nicht wir werden nicht wir werden nicht verschießen wir ihn einfach in richtung süden ich glaube sonnengrund da können wir irgendwelche häuser treffen aber wir können ihn in den wald hier schicken im südwesten von hier ist ein großer wald habe ich gesehen wir werden ihn nicht in die dämonenbrache schießen nicht nein wir wissen nicht wie lange der zauber jetzt hält oder wie wir ihn wieder finden wir sind erst runter geklettert wir werden ganz sicher nicht verschießen ach er wird schon irgendwann wieder aufwachen und dann kommt irgendwas auf ihn drauf oder so wenn ihr kiaras karino in die dämonenbrache schießt schieße ich euch hinterher ihr solltet wissen wie er mit einem könig redet warte mal ich stelle kiaras mal auf ist ja schon ganz hübsch Stellung wenn ich mir noch würde ich mir zu hause hinstellen so also wenn das jetzt nicht mehr aufhört können wir uns ihn dann bei welchen prozent stellen prozent ist doch fast um die ecke bringen wir ihn dahin ja warte ich habe ihm du packst ihn unten an den beinen und ich hier die linke hand und die rechte hand und dann geht das ich will nicht dass du ihn fallen lässt ihm kann nichts passieren selbst sie nicht fallen ist ich wollte sagen er ist doch nichts hat richtig da passiert doch nix und ich klopfe kiaras mal so auf den kopf siehst du hart wie stein er kann eigentlich alles sehen was ihr tut ja also kiaras war schon immer ein dickkopf und das bewahrheitet sich jetzt auch wieder er kann sehen was wir tun ja denke ich ich kann auch hören was wir tun wenn das ein ganz normaler parallel ist ich machte ihn nie und damit stellt sich alborgs einmal hinter keras und zieht ihm die hosen runter nicht mit zu stein geworden ich glaube ja ja geht nicht verdammt geht nicht jetzt kommt packt ihn an wir bringen hier weg voran sagst du zu dem zu dem fluggerät sieht ganz gut aus aber landen müsse man damit noch wir hatten gedacht dass du vielleicht uns damit helfen kannst ich werde wahrscheinlich in der schlacht werde ich wohl mit dem roger dafür zu tun haben und nachladen aber wenn ihr wollt dann könnt ihr ja mal gegner fragen ihr kennt ihn das ist derjenige der mir die ganze zeit von euch erzählt hat habt ihr schon wieder vergessen war klar menschen klar ich wusste nur nicht dass er sich gut mit so was auskennt also mechanik zeug ich wusste nicht dass er sich gut mit rückwärts ausgehen die hose runter jahre ich das würde gehen passt ja auch dass keiner unser fluggerät anpasst anpackt allwax ja hier kommt keiner ran was auf der roger dafür auch und dann noch auf diesen hat weil dann gehe ich mal dann gehe ich mal wo finde ich denn wohl unseren guten mingram dankeschön leute ich komme auch mit mit ihm zusammen und so dass ich jetzt hier vielleicht noch ein paar in grün geweihte dass wir sozusagen das ding hier raus fliegen und oder zumindest richtig auf den rasen stellen und nicht da und wo der tribüne hängen bleiben kein schlechter vorschlag hast jetzt schon fortschritte damit gemacht allwax glaubst du damit triffst du die festung ja schon ja ja schon spaß natürlich nicht von zwergen gebaut die die oga haben überhaupt keine ahnung von feiner mechanik aber groß ist das ding groß ist es glaubst du denn dass du mich damit dass du mich damit auf die festung schießen ganz bestimmt bestimmt doch wir müssen aber mal gucken wie lange tier das jetzt versteinert bleibt damit ich damit wir das ein bisschen im auge haben wie lange ich dann auch verstand hat bin weil auf der festung wäre das doof da war bescheid ich kann nicht abschließen wie du willst ich habe ziemlich gutes zeitgefühl mein freund perfekt kannst du kannst du mir sagen dann lass mal hier warten dann warten wir darauf bis kias wieder sich bewegt und dann wissen wir wie lange diese dinge halten per se schon losgegangen das recht ich muss ihn noch mal aus dem fenster schmeißen ich komme wieder ja kassin kannst du noch ein paar mal aus dem fenster schmeißen aber mir könnt ihr nicht in parallel ja könnt ihr nicht raffin mal eben kurz versteinern und raffin lässt sich aber damit abschießen damit schon mal damit schon mal beide leute sowohl der hochkönig einmal geschossen damit hat und raffin schießen lassen und raffin konnte einfach wieder zurückgelaufen nun ja ich könnte es versuchen raffi wollte ich für unseren testlauf zur fügung stellen natürlich los 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 aber wir sind schon drin bevor der zauber gesprochen nun gut dann setzt euch doch vielleicht in dieses in diesen löffel dort oben ich dachte an eine stehende pose die ist etwas heldenhafter ihr könnt auch stehen meinetwegen sehr gut raffin zieht sein schwert hält es mit einer hand streckt es in richtung himmel und eine heldenhafte pose ein andererseits raffin wenn ihr euch so zusammen kauert könntet ihr zur lebenden kanonenkugel werden bevor wir damit anfangen was möchtet ihr dass wir auf euren grab stein schreiben naja korver mit ihm er kam sah und fliegte vielleicht sollten wir erstmal abwarten ob der zauber wird und dann den abzug betätigen ja los macht ihr selbst jetzt macht mal wir sollten vorher vielleicht auch das geschütz ausrichten worauf zeigt ihr euch gerade ihr denkt hier über viel zu viele sachen nach ja jetzt richten das ist aktuell habe ich es ausgerichtet in richtung dieses waldes im südwesten von hier soll dann ja später diese festung auftauchen ja dann schießt sich mal irgendwie nach eschenrott oder so irgendwo dahinter in die felder vielleicht in den fluss damit wir keine leute oder gebäude treffen in den süden das kann doch bestimmt über die stadt weg schießen oder nicht also hinter sonnengrund ja hinter eschenrott da ist doch scheißegal da muss ich aufpassen dass ich euch nicht in den bohrern in den bohrernfriedhof da rein schmeiße warum man kann mal niedrig begraben ihr geht damit die ganz falschen einstellungen an der alan geht damit den ganz falschen einstellungen an ich gehe mit der gebotenen vorsicht an selbst immer schwarzen magie heran sag mal aber ich habe ihr gerne das leben gerettet glaubt ihr ich könnte mich auch abschießen lassen weil ihr genug zauberkraft hat um mich zu versteinern ja 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 ich fürchte meine meine expertise diesen zauber ist nicht ausreichend wir könnten uns nacheinander aber wir haben auch noch eine zweite magie an isau seid ihr so freundlich und würdet irgendwann verstrahlen damit wir durch die luft fliegen können wie kanon kugel wie gesagt nein ich denke ich kann diesen zauber nicht so gut wie abel mir das überlasse ich dann neben experten vielleicht sollten wir erstmal mit raffin als proboschuss anfangen nein gleichzeitig arm in arm und sozusagen mit beiden gestreckten waffen nun ja wie gesagt je mehr leute man verzaubert es schwieriger wird das haben wir ihr seid ihr seid magier übersteht sich jetzt neben raffin zieht seinen kurzschwert ist ein säbel rekt ihn in die lüfte und umgreift mit der anderen an den anderen arm raffin bei der hüfte sozusagen beziehungsweise im oberkörper und beschwingt ihn so gemeinsam hoch in die lüfte in die lüfte lassen lassen wir doch einfach mal diesen diesen geweihten hier können wir aber dazulegen ob wir jetzt zwei steine verschießen oder drei das macht dann auch kein unterschied mehr ja aber wir jetzt fangen wir nicht an zu zaubern es macht es macht schon einen unterschied je mehr personen das spiel wird es aber wir sollten mir etwa sagen dass ihr zu unfähig seid zwei leute zu versteinern das ist wollte mir doch nicht sagen oder es ist euer leben ja genau deswegen los versteinern uns versteinern uns gut wir haben inzwischen hoffentlich das geschütze ausgerichtet alle drei stehen oben ja ich habe meine zwerge die lachen wenigstens darüber wenn ich mir zusammen mache erst schießen wenn ich das zeichen gewehr ja ich meinte den hochkönig mach schon aber mir mein arm wird lahm in der pose ach magier gelombter jetzt kehrer somit dazu nein nein schön ich habe was alles höhere magiere sind als er dann steht doch dann steht doch wenigstens klar so oft alles sehen kann was hier passiert hört es ja trotzdem ist denn nicht erwartet euch mal ich habe neben er von sechs wenn ihr das hilft ja also maximal schmerzen und zwölf steht hier genau dann hast du noch sechs mal fünf minuten er hat nur ein stern ja im endeffekt übrig wegen der erschweren ist ja noch glaube ich bekommen wird er bekommt jedoch sozusagen jetzt hier zwei personen plus mehr von sechs also acht punkte bei so zwei zwei gleichzähl ich dachte er macht jetzt zwei zauber dauert jetzt nach fünf minuten ich klopfe noch mal auf beide rauf ob sie wirklich stein sind kannst du auf den kopf rauf klopfen richtig schön unwürdig wie auch mal er trete dann ein schritt zurück und gehebe dann den arm jetzt schießen was gezeichnet ja er zieht an einem großen hebel und der ogerlöffel katapultiert die beiden in richtung himmel süden ihr fliegt durch die luft ihr könnt sehen wie die häuser sehr sehr schnell sehr viel kleiner werden ihr den wolken sehr nahe kommt und dann mit einer unglaublichen geschwindigkeit wieder in richtung erdboden fallt ihr könnt den boron tempel unter euch größer und größer werden sehen und dann ja etwas weiter im süden schlag die auf einem der felder auf und werdet auch dann ja auch wieder zwei drei meter in den erdboden gerammt dadurch dass er euch zu einer feilspitze geformt habt also dann sehr länglich und nicht ebenso breit wie keras aufgestellt habt das natürlich noch mal so ein meter mehr den erdboden geschossen werden und ja während die anderen dann hoch zufrieden erst einmal den anderen beiden hinterher gucken dann mit den schultern zucken und dann keras in richtung und wird verputz bringt also immer wollte er eigentlich mit igna sprechen aber der ist jetzt ja auch gerade irgendwo im süden wenn immer und rafim dann nach fünf minuten in diesem loch wieder auftauchen ja ihr taut wieder auf und seid bei guter gesundheit das war ja voll geil das ist ja super habt ihr gesehen wie weit die geflogen sind das müssen wir als neue krieg strategie einsetzen wir schießen einfach feiten unsere kämpfe hätte die feindlichen linien ja 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 das ist auf jeden fall und wir sind auch viel besser als ich glaube ich würde mich auch damit abschließen das ist ja viel besser als diese flugmaschinen die flugmaschine ist zwar toll aber dann ein bisschen langsam und langweilig richtig überleg mal wenn wir jetzt in diese feindliche festung eingeschlagen werden die ersten zwei feindlichen söldner durch unseren aufschlag aufgespießt vielleicht sogar die ersten dämonen die direkt aufgespießt werden natürlich so muss das jetzt lass uns erst mal aus diesem loch hier rausklettern ja wo sind wir eigentlich ich glaube wir sind irgendwo im süden ich hab mal zwischen den bodentempel vorbei flitzen sehen aber es dreht sich nicht alle so schnell ja ich bin mir auch nicht ganz sicher ehrlich gesagt ihr hattet euch umarmt ne also dann seid ihr auseinander geflogen okay ja dann klettert ihr aus dem loch wieder raus dreck spatzen seid ihr dann also vollkommen vollkommen verdreckt dadurch dass die felder natürlich auch den durch den ganzen regen nass geworden sind und dann das wasser auch so das ist natürlich besonders unangenehm wenn ihr dann während ihrer fünf minuten oder ja lasst es halt noch drei minuten sein könnt ihr noch sehen wieder so ein bisschen schlamm und erde runter bröckelt und so ein bisschen wasser noch nachströmen von den von den verregneten tagen der letzten zeit die dann kurz noch das gefühl hat zu ertrinken aber wenn ihr wie gesagt aufwacht steht ihr dann wie dreck spatzen auf den feldern und könnt dann in richtung norden marschieren am bohren tempel vorbei wenn ihr bei witwe putz dann wieder auf dem frischen teppich steht könnt ihr auch sehen wie keras ebenso wieder aus seiner paralyse erwacht 30 minuten sind also um ihr habt was super verpasst das beste was mir diesen monat passiert ist mit abstand nun ja wie es scheint ist die genalprobe gelungen ihr seid diesen monat bereits dreimal dem sicheren tod entdraunnen und das ist das beste was euch passiert ist ja ja mit abstand ihr hättet uns sehen müssen geflogen sind ich hatte ja schon bei diesem zehn meter sturz im zimmern hier ins arena ins imahn stadion so ein mulmiges gefühl im bauch aber das war noch viel besser glaubt mir wenn ihr dann aufschlagt und euch in die erde bohrt was ein gefühl und vor mir wenn ihr abstürzt nicht mit offenem mund dann macht man dann wenn man aufwacht kann man schon mal sein dass man mit einem regenbomben und hat ja das hilft mir wir sind verloren ja ich wollte sagen zum nachdenken dabei wenn ihr dann abstürzt den wort na hilfe artefakt dann nicht mit offenem mund karenor was seid ihr eigentlich für eine traube lasst euch vom boot fallen mich hätte dafür ausgelacht ich bin's gewohnt dass da wasser ist ich lasse euch nie wieder dieses ding steuern zumindest weiß ich jetzt wofür diese sandsäcke da sind ich habe immer das gefühl dass abel mir alles kaputt gemacht hat auf dem schiff abel mir war das protestaktion und ihr wolltet eigentlich das ding gar nicht fliegen nein das muss so sein wie sagt wenn die generalprobe misslingt dann kann nur der eigentliche auftakt umso besser gelingen aber von anfang an manipulativ auf mein fluggerät eingewirkt er reißt sich jetzt kaputt mit den worten oh es startet doch nicht und dann ja dann sorgt dafür dass wir im übern stadion hängen bleiben ich ich habe das ding nicht gesteuert ich habe genau gesehen wie an dem einseil darum gepedelt hat ich habe das genau gesehen was tut ihr denn das ist eine unterstellung ach was auch was ausfehler und was haben wir daraus gelernt wir brauchen seile an dem wir uns festmachen können ich nenne es sicherheitswurte und nichts was sollten vielleicht auf einem freien feld landen nicht einem stadion das stadion ist doch im prinzip ein freien feld mit nun ja sehr groß herum herum wir haben treffsicher die tribunen getroffen ja aber das war ich das war die tribüne vom monar school und stehe ich kann mich mal vernichten wir brauchen glaube ich mehr platz nächste mal beim landen seid ihr jetzt eigentlich alle davon begeistert dass wir uns alle mit dem ogerlöffel der hoch schießen lassen das wird super ich verpasse das beste also mit diesem artefakt geht es nicht wenn man eine halbe stunde rumliegt ja kia ras wie habt ihr euch vorgestellt eigentlich von der festung wieder runter zu kommen ich dachte dafür wären diese artefakte oder als wir haben wir zum hochkommen nicht sein artefakt hat nur noch eine ladung deswegen fliegen wir ja auch und womit und wie wollt ihr hochkommen wir zum hochkommen braucht ihr schon eine ladung wie gesagt ich denke nicht dass es die gute idee ist mit der ladung hochzukommen liegen dann halbe stunden las oben aber haben doch schon mit dem erz magus gesprochen und uns über den leib des windes unterhalten okay führt aus es ist ein kantus der ein quasi mit dem wind in der luft quasi durch die luft steigen kann bergsteigen aber in der luft und so könnte man dann nach oben kommen man könnte sich immer noch mit einem guardian gegen dämonen schützen so dass man auch sicher oben an land und man kann seine bewegungsfreiheit waren es erscheint mir noch riskanter als die flugmaschine außerdem ich glaube dass die magie ich glaube es gibt keinen gefahrlosen weg nach oben die maschine kann nicht magisch gestört werden ja wie wollt ihr denn sonst nach oben kommen jalan Jer und originatel sie eins Folgend Di Sei telescopes spielt